Hallo Leute, willkommen zu einem weiteren Unboxing von uns. Heute möchten wir euch gerne ein exklusives Modell vorstellen. Ihr seht es auf dem Bild, es ist unsere Turbo Bushmaster mit 1830 mm. Nach dem Intro geht es los, bis gleich. So, willkommen zurück. Wie gesagt, heute möchten wir euch gerne unsere Turbo Bushmaster vorstellen. Ein wunderschönes Flugzeug mit sehr guten Flugeigenschaften, da gehen wir gleich näher drauf ein. Wir schauen erstmal, was im Karton alles enthalten ist und wie das Ganze aussieht. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir haben einmal alles aus dem Karton rausgeholt. Das ist eine Menge Zeug, wie ihr gesehen habt. Also es ist schon eine gewisse Zeit in Anspruch genommen, das alles auszupacken. Im Karton selber ist alles wirklich sehr sauber verpackt, sehr geschützt gelagert. Es ist alles mit Folie eingepackt. Es liegt alles in Fächern, wo es nicht verrutschen kann. Also im Großen und Ganzen sehr sicher verpackt. Und zusätzlich, wie ihr gesehen habt, oben nochmal eine Kartonlage drüber als zusätzlichen Schutz. Lieferumfang ist das, was ihr jetzt hier seht. Es ist auch in der Bedienungsanleitung gut beschrieben, was da drin ist. Und zwar auf den ersten Seiten nach den Sicherheitshinweisen, dem üblichen Gesetzestexten und so weiter und so fort. Dann gibt es einmal, ich zeige es mal in die Kamera, hier eine Seite mit dem Lieferumfang. Mit dem, was wir jetzt ausgepackt haben, können wir jetzt relativ einfach prüfen, ob tatsächlich alles enthalten ist, was im Lieferumfang sein muss. Wir gehen es mal durch. Wir haben einmal den Rumpf. Der Rumpf ist soweit fertig. Es muss halt Höhenleitwerk, Seitenleitwerk noch angebracht werden, die Flächen und so weiter. Aber da gehen wir gleich näher drauf ein. Wir haben einmal das Höhenleitwerk. Ist bereits fertig angeschlagen mit Scharnieren und auch mit dem Ruderhorn. Das gleiche gilt für das Seitenruder. Ist auch alles fertig mit Scharnieren und auch mit dem Ruderhorn versehen. Wir haben ein massives Aluminiumfahrwerk, ein Fahrwerksbügel. Zu dem Fahrwerksbügel haben wir 125 mm Luftreifen, also richtige Luftreifen. Es ist einmal ein Ventilanschluss dabei, dass man diese Reifen auch mit Luft befüllen kann. So handelsübliche Ballpumpe, sage ich mal, wäre da der Anschluss auf jeden Fall schon dabei. Spinnerkappe, nachher einfach vorne drauf auf den Propeller. 15 x 7 Holzpropeller ist dabei. Wir haben einmal ein kleines Endstück, wo das hinkommt, zeige ich euch gleich. Wir haben einen Carbon-Flächenstab dabei, der nachher hier durchgeht, wo die Flächen mit angeschlagen werden. Dann haben wir zweimal eine Abstrebung von der Tragfläche zum Rumpf. Zeigen wir auch nachher noch ein bisschen näher. Wir haben zweimal die Haupttragflächen, auch bereits fertig angeschlagen, mit Servus und Ruderhörnern, allem versehen. Also da ist alles dran, inklusive der LED-Beleuchtung. Das sind diese kleinen roten Stecker. Und wir haben ein Zubehörtütchen, da sind eine Menge Sachen drin, die ich brauche, um das Modell zu vervollständigen, wie zum Beispiel hier die Anlenkung für das Höhenruder, Heckspornrad. Wir haben den Propellermitnehmer, diverse Schrauben. Wo was hinkommt, gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. So, das war der Lieferumfang. Jetzt gehen wir mal ein bisschen näher aufs Modell ein, um euch so ein paar Sachen zu zeigen, was halt hier besonders ist. Wir stecken es gleich mal so ein bisschen zusammen. Zunächst mal das Design. Wurde speziell für dieses Modell entwickelt von der Firma Sieber Design. Im Auftrag von uns ist also ein einmaliges, spezielles Design extra für unsere Special Edition von Amebi für AMX Flight. Was haben wir am Modell noch gemacht? Also wir haben diverse Sachen geändert gegenüber dem Uhrmuster. Wir haben also einen stärkeren Motor einbauen lassen. Wir haben einen anderen Regler einbauen lassen. Das ist jetzt ein Hobby-Wing-Regler verbaut. Das ganze Modell ist ausgelegt für 6S-Lipos. Zwischen 3.000 und 4.000 mAh ist ideal. Was den Schwerpunkt angeht, 5.000 mAh 6S, würde es auch noch nehmen. Wird sie leicht kopflassig, hat aber relativ wenig Auswirkung. Es fliegt immer noch sauber. Und die Flugzeiten sind extrem lang. Hier vorne haben wir einmal einen Schnellverschluss. Der lässt mir hier den Zugang zum Akkufach und wo die ganzen Kabel liegen. Sieht im Moment außer Kiste noch ein bisschen unaufgeräumt aus. Ist klar, weil kein Empfänger verbaut ist oder sonstiges. Das muss halt selbstständig noch ein bisschen sauber verlegt werden, wie man es denn haben möchte. Hier vorne ist gleichzeitig, was ich sagte, das Akkufach. Also hier ist genügend Platz für diverse Akkutypen. Dann haben wir hier oben nochmal eine Klappe als Zugang zum Empfänger. Also hier ist im Prinzip der Empfängerplatz. Hier liegen auch die fertigen Servokabel wieder, um den Empfänger damit zu bestücken. Ist also recht platzmäßig, sehr großräumig oder großzügig gestaltet, dass man hier sauber arbeiten kann. Hier sind bereits die fertigen Anschlüsse für Querruder, für Landeklappen und für die LED-Beleuchtung. Die Gegenstücke, ich zeige es mir einmal, sind hier und hier. Das heißt, hier brauche ich im Prinzip nur diesen weißen Stecker hier in diese Führung reinsetzen, das BEC-Kabel verbinden und dann habe ich im Prinzip die Beleuchtung aktiv. Ich habe das Querruder aktiv und auch die Landeklappen aktiv. Die Ruderausschläge bzw. die Rudergrößen sind hier extra etwas größer gewählt, weil das Modell mehrere Funktionen in sich vereint. Und zwar ist es einmal ein Trainer. Also es kann wirklich auch langsam und piano geflogen werden mit geringen Ausschlägen. Ist es wirklich als Trainer gebrauchbar? Ich habe halt recht große Querruder, ich habe große Landeklappen. Das heißt, die Fluggeschwindigkeit lässt sich hier nochmal deutlich verringern, was dann wiederum diesem Short-Take-Off and Landing, also STOL-Flugeigenschaften zugute kommt. Aufgrund der Leistung reicht mir da eine Startstrecke bei gesetzten Klappen von 2-3 Metern. Und das Modell geht bereits bei Halbgas senkrecht, ist also mehr als genügend Leistung vorhanden. Wenn ich jetzt wirklich Kunstflug machen möchte mit dem Modell, habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. Erstmal habe ich extrem große Ausschläge nach oben und nach unten. Das heißt, sie ist an sich schon mal relativ wendig, wenn ich es möchte. Jetzt habe ich aber hier die Möglichkeit, weil die Klappen jetzt nicht nur nach unten angeschlagen sind, sondern im Prinzip wie ein Querruder auch nach oben. Das heißt, ich kann die beiden Ruder miteinander verbinden, wenn ich einen Computersender habe, der dieses Mischverhältnis zugibt und kann sie im Prinzip als gesamte Fläche nutzen. Hat halt den Vorteil, dass das Modell deutlich wendiger ist, deutlich schneller um die Achsen dreht, also die Rollrate ist deutlich höher. Dann ist es eigentlich im Prinzip ein voll 3D-taugliches Flugzeug. Von der Leistung her sind wir bei einem Schub-Gewichtsverhältnis von deutlich über 2 zu 1, was eine Menge Spaß verspricht. Und wir haben es im Vorfeld schon geflogen, also das Teil geht wirklich fantastisch. Zusätzlich haben wir hier in der Fläche eine komplette Nachtflugbeleuchtung. Das heißt, die Fläche ist von innen beleuchtet. Also Bösezungen behaupten, man bräuchte nachts eine Sonnenbrille, weil sonst wird man blind vom Gucken. Es ist wirklich richtig hell, das Teil. Also überzeugt euch selber von. Ansonsten ist hier alles soweit fertig. Hier vorne die Aufnahme ist in Kunststoff gehalten. Hier werden im Prinzip die Schrauben durchgesetzt, die hier wiederum die Fläche bzw. den Rumpf mit der Fläche verbinden. Die Gesamtspannweite des Modells beträgt 1830 mm. Ist also eine sehr angenehme Größe, ist also nicht zu klein. Man sieht sie sehr gut. Hab halt viel tragende Fläche. Ich hab also relativ gute Möglichkeiten, rumzuschleichen, wenn ich möchte. Oder halt auch richtig gehen zu lassen. Das bleibt halt jedem selbst überlassen. Die Flugzeiten sind je nach Akku, also wir haben es mit dem 5000er getestet, sind bei 10 Minuten immer noch bei roundabout 40% Akkuleistung. Also ich denke mal, wenn man hier ein bisschen Piano fliegt, sind hier selbst mit einem 3000 oder 4000 mAh 6S Akku problemlose Flugzeiten von 8 bis 10 Minuten möglich. Auf der Unterseite des Modells haben wir nochmal verschiedene Fächer. Einmal ist hier so eine kleine Lüftung, sag ich mal, wo ein bisschen auch die Wärme abgeführt werden kann. Und hier vorne ist nochmal ein kleines Fach, wo der Zugang zum Regler gegeben ist. Hier sieht man auch, was für ein Regler verbaut ist. Das ist ein Hobbywings Skywalker mit 80 Ampere. Wir haben hier einen 5 Volt oder 5,5 Volt Ausgang und einen 8 Ampere U-Bag. Das heißt, wir haben hier genügend Strom, so dass das Modell auch immer sicher steuerbar ist und irgendwo der Strom nicht in die Knie geht und das Ding nicht mehr kontrollierbar ist. Die Aufnahme fürs Fahrwerk ist hier komplett in Holz gehalten. Hier würde letztendlich der Fahrwerksbügel reingesetzt. Das passt also alles auch sauber. Wird mit vier Schrauben verriegelt und dann ist das Fahrwerk fest mit dem Rumpf verbunden und das ist wirklich haltbar. Auf der Hinterseite sehen wir bereits einmal fertig das Hecksporn. Das ist hier direkt mit dem Servo verbunden. Das heißt, hier wird es auch über das Seitenruder-Servo direkt mit angelenkt. Das ist also voll lenkbar. Das Gestänge für das Seitenruder ist hier fertig verlegt. Und hier sitzt das Höhenruder-Servo. Das sind alles Metallgetriebe-Servos. Die sind von der Geschwindigkeit her bei 0,10, 0,11 Sekunden relativ zügig für die Größe. Also ist auch hier eine Menge Spaß vorprogrammiert, wenn ich es möchte. Hier letztendlich nur noch das Servo-Horn draufsetzen, das Höhenruder einsetzen und dann ist das Modell auch hinten soweit fertig. Wo wir gerade dabei sind, hinten, das sind die einzigen Punkte in diesem Falle, wo was geklebt werden muss. Und zwar wird hier letztendlich das Höhenruder, hier sind so Aussparungen, das heißt so Führungsaussparungen, sage ich mal. Hier wird das Höhenruder reingesetzt. Das kann also gar nicht verrutschen, das sitzt schon fest. Ich brauche es eigentlich nur ein bisschen Kleber versehen und dann ist das Teil fest drin. Gleiche gilt für das Seitenruder. Ich habe hier also eine komplette Führung. Ich halte es mal so ein bisschen in die Kamera. Das Seitenruder passt hier sauber in diese Führung rein und schließt hier sauber ab. Das heißt, hier ist auch die Bewegung kein Problem. Es ist alles freigängig. Was jetzt hier so ein bisschen klackert, ist klar. Hier sind Gestänge am Servo-Horn. Und auch hier extreme Ausschläge möglich. Also hier geht wirklich was. Das sind nahezu Schockflyer-Ausschläge. Also das bereitet mit Sicherheit eine Menge Freude. Das Stück hatte ich eingangs gesagt, zeige ich nachher, wo es hinkommt. Und zwar ist das hier hinten letztendlich der Abschluss. Der wird einfach hier ebenfalls geklebt und dann ist das hinten fertig. Mehr brauche ich hier nicht machen. Dann setzen wir mal die Tragflächen dran, um euch so ein bisschen die Dimensionen des Modells näher zu zeigen. Ach ja, hatte ich vergessen. Diese Leitfinden, die hier verbaut sind, die haben einen Sinn. Also die sind nicht einfach nur aus optischen Gründen da, sondern die erhöhen die Wirksamkeit der Ruder, weil hier durch die Luft anders geführt wird. Die sind auch hier bereits fertig verbaut. Das heißt, die sind auch schon fertig verklebt. Da brauche ich nichts mehr machen. Ich stecke es jetzt nur mal eben ein bisschen zusammen. Die Kabel sind jetzt ein bisschen im Weg. Das müssen wir natürlich nachher noch sauber verarbeiten. Das mache ich aber später. So seht ihr erst mal so ein bisschen die Dimensionen des Modells. Also die ist tatsächlich nicht klein. Und das Design sollte jetzt auch relativ gut zu erkennen sein. Mit Rot, Schwarz und Weiß. Von unten das Gleiche mit diesen grauen oder schwarz-roten Streifen ist die Sichtbarkeit des Modells tadellos. Also ist wirklich egal bei welchen Wetterverhältnissen oder Wolken oder sonstiges sehr gut zu sehen. Und aufgrund der Größe wäre es eh kein Problem. Das sind diese Tragflächenstreben, wo ich eingangs gesagt habe. Zeige ich euch nachher, wo sie hinkommen. Und zwar werden sie hier mit der Fläche verbunden. Und hier unten am Rumpf ist das Gegenstück. Das heißt, im Prinzip sieht es dann nachher, ich zeige es mal mit der anderen Fläche, so wird es nachher fertig aussehen. Das heißt, die Strebe wird hier an der Fläche und am Rumpf jeweils einmal mit einer Schraube gesichert. Und dann ist sie eine zusätzliche Abstrebung für die Tragfläche. In dieser Strebe ist ein Karbonstab eingearbeitet. Das sieht man jetzt auf dem Video nicht. Aber das hat also auch einen Wert, das Ganze. Es ist flexibel, aber trotz allem stabil. Es gibt einfach der Tragfläche ein bisschen Unterstützung. Jetzt bei harten 3D-Manövern, dass es jetzt nicht zu sehr zu Verwindungen der Fläche kommt. Was jetzt bei wirklich harten Manövern vollkommen der Fall wäre, ist aber auch nicht tragisch. Zu den Flächen selber sind zweiteilige Flächen, das heißt, ein Ober- und Unterteil, was miteinander verbunden ist, weil hier drin selber eine ganze Menge Holzapplikationen verbaut sind. Das heißt, hier sind Holzstreben drin und so weiter, die der ganzen Fläche deutlich mehr Stabilität geben. Also ich habe hier wirklich richtig hartes Material, was an sich schon kaum Biegung zulässt. Ein bisschen muss sein, ansonsten wäre es zu starr, das wäre dann auch nicht gut. Aber die Dinger sind knüppelhart. Spinnerkappe, Propeller. Da brauche ich, glaube ich, nicht viel zu sagen. Der Mitnehmer ist hier drin, die Schrauben sind da drin. Wird einfach hier auf den Motor aufgesetzt. Das ist ein 50-15-Motor mit 550 kV an 6 S. Also liefert ordentlich Schub und eine vernünftige Drehzahl. Sieht dann letztendlich, ich halte es jetzt einfach nur mal dran, so würde es dann letztendlich aussehen. Hier sind noch zwei kleine Leitwerke, die an die Höhenruder angesetzt werden. Und zwar sitzen die beim Höhenruder, ich habe es jetzt da dran stecken, Ich kann es aber trotzdem einmal zeigen. Also Schrauben sind dabei, die sitzen letztendlich hier auf beiden Seiten, rechts und links, werden mit zwei Schrauben verriegelt. Das sind nochmal zusätzliche Leitbleche, um da auch die Anströmung auf dem Höhenruder bei geringen Geschwindigkeiten deutlich zu erhöhen und für weniger Verwirbelung zu sorgen. Es ist also dem Flugverhalten der Präzession, mein Gott, schwieriges Wort, hilft das Ganze enorm weiter. Also es ist selbst bei langsam geflogenen Figuren, habe ich einfach eine bessere Anströmung auf die Ruder, das heißt eine bessere Wirksamkeit. Es ist also nicht einfach nur zu zierte, sondern die haben einen Sinn, die Teile. Reifen hatte ich schon gesagt, 125 mm Durchmesser, komplett luftbefüllte Reifen, also jetzt nicht irgendwelche Fakes, sondern tatsächlich luftgefüllt. Hier ist das Ventil, hier ist das Gegenstück, rein, aufpumpen, je nachdem wie ich es haben möchte oder Luft ablassen. Bei weniger Luft habe ich halt den Vorteil, dass ich auf härterem Untergrund Steine oder wie auch immer oder Feldwegen oder sonstiges Problem nur starten und landen kann. Höhere Wiesen wäre jetzt auch kein Problem und wenn ich eine Asphaltbahn habe oder kurz gemähten Rasen, kann ich es auch ein bisschen härter machen, dann ist der Rollwiderstand geringer und zusätzlich mit etwas geringerem Luftwiderstand wäre zum Beispiel jetzt bei Short-Tag-Off and Landing, also kurzen Start- und Landeeigenschaften, bei kurzen Landeeigenschaften die Möglichkeit, das Modell aus einer geringen Höhe quasi einfach runterfallen zu lassen. Das würden dann in dem Falle die Luftreifen quasi wie eine Federung abfangen. Dafür ist es letztendlich gemacht. Und Startphase, wie gesagt, zwei, drei Meter, wenn ich möchte, bin ich in der Luft oder ich rolle langsam und gebe ein bisschen mehr Gas und rolle 20, 30 Meter. Das bleibt dann jedem selbst überlassen. Das Modell bietet deutlich mehr, als die meisten können. Also hier habe ich wirklich endlose Möglichkeiten, jetzt mit der Nachtflugbeleuchtung und allem. Ich könnte mir rein theoretisch eine Schleppkupplung einbauen. Und das Modell ist also auch von der Leistung her durchaus geeignet, um kleinere Segler bis drei Meter oder irgendwas, drei Meter 50, problemlos zu schleppen. Ich habe also hier endlose Möglichkeiten mit dem Modell. Oder ich nutze es einfach als Spaßflieger, als Feierabendflieger, als Trainingsflieger für Nachtflug oder Sonstiges. Das bleibt jedem selbst überlassen. Zum Modell selber können wir eigentlich gar nicht mehr allzu viel sagen, außer, dass es im Handel verfügbar ist. Schaut einfach bei uns auf die Homepage. Wenn ihr Fragen dazu habt, meldet euch bei uns, wendet euch an unsere Händler, wie auch immer. Das Modell selber werden wir jetzt in Kürze auch vorstellen, auf diversen Messen. Wenn irgendwas dazu ist, kommt einfach durch. Mir bleibt eigentlich gar nicht mehr viel zu sagen, außer, schön, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Bis dahin, macht's gut.